Hey Leute, was geht ab? Ich habe euch überhaupt nicht erwartet. Mein Name ist Shirin David und nicht Romeo hat mir sein Ohr abgezogen, sondern ich habe ihm sein Ohr abgezogen. Und ich habe euch gar nicht erwartet. Wie geht es euch? Schön, dass ihr da seid. Kommt mal bitte rein. Kommt mal rein. Ohne Scheme, aber Schuhe. Schuhe draußen. Ja, genau. Und jetzt könnt ihr reinkaufen. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ihr wart noch nie hier, außer ganz kurz, als ihr einen kleinen Einblick auf Bubsy Bars hattet, was wir genau hier gedreht haben. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Das ist meine wunderschöne Küche. Und zuallererst kommt ich erstmal an. Möchtet ihr was trinken? Ich möchte auf jeden Fall sehr gerne was trinken, denn ich bin wirklich sehr, 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 sehr aufgeregt heute. Denn ich habe das allererste Mal ein neues YouTube-Video am Start. Ich weiß gar nicht, wann genau das letzte richtige YouTube-Video gedreht worden ist. Anton? August 2019. August 2019. Oh my God. Oh no, 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 no. Ich weiß gar nicht, ob euch dieses Video hier überhaupt angezeigt wird. Also erstmal vielen, vielen Dank an die Leute, die überhaupt bis jetzt schon mal raufgeklickt haben und eingeschaltet haben. Ich freue mich unglaublich, dass ihr hier seid. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das merkt man, ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Deswegen seid nett mit mir. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr hier seid. Ich update euch mal ganz kurz zu dem, was alles abging in der Vergangenheit und was alles auf euch zukommen wird. Es war eine unfassbar wilde Zeit. Ich habe das Gefühl gehabt, beim ersten Album, beim Super Size, konntet ihr gar nicht so viel verstehen, was hinter den Kulissen abging, weil ich einfach zu fokussiert war, dieses ganze erste Ding perfekt zu machen. Diese Transition mit neuen Leuten zu arbeiten, mit einem neuen Team nach Berlin zu ziehen. Es war wirklich sehr, sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel. Aber jetzt hat sich das eingependelt. Antoni ist mit am Start. Ich dachte, ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen, was abging. Als Super Size gedroppt ist im September 2019, hatte ich danach so eine kleine Depri-Phase. Ich glaube, das ist normal. Ich glaube, du bringst dein erstes Baby zur Welt und bist danach erst mal verwirrt. Wie machst du weiter? Wo willst du überhaupt ansetzen? Was sind die nächsten Schritte? Ich habe mir meine Mama geschnappt. Meine Mama hatte Geburtstag. Wir waren zwei Wochen auf Mauritius, hatten den Spaß unseres Lebens und war dann danach wieder zurück in Berlin. Ein bisschen lost, habe mich dann aber wieder schnell gefangen. Und dann haben wir angefangen, an meinem zweiten Album zu arbeiten im Januar 2020. Jesus, ich habe Durst. Und dann, als wir angefangen haben mit einem neuen Team, mit neuen Sessions, mit neuen Infos, mit neuen Sounds, weil ich wollte unbedingt ein bisschen weg vom ersten Album und so ein bisschen mehr in meine Richtung gehen. Das, was ich so ein bisschen noch persönlicher fühle. Und ich glaube, es ist vollkommen normal, wenn man erst mal anfängt, Musik zu machen, dass man sich ausprobieren muss. Das Ding war einfach bei mir, dass sehr, sehr oft und von vielen Leuten erwartet worden ist, okay, Shirin David hat diese riesen Reichweite, sie erreicht super viele Leute und es ist alles schon so huge. Und ich hatte immer diesen ganz krassen Druck, egal was jetzt von mir kommt, es muss einfach ein Point sein. Die Videos müssen unfassbar sein, die Songs müssen unfassbar sein und das war auch mein eigener Anspruch. Aber in dem Falle habe ich dann oft vergessen, was mir, mir richtig, richtig, richtig ist. Deswegen, ich habe dieses erste Album geliebt, ich habe die ganze Kampagne geliebt und ich bin unfassbar dankbar auch an der Stelle, wie krass ihr mich unterstützt habt, wie krass es bei euch angekommen ist. Aber trotzdem muss man sich eben weiterentwickeln und irgendwie diese Entwicklungszeit ist immer die intensivste und auch die schwerste und das hatte ich. Wir haben also am zweiten Album gearbeitet, hatten das Album eigentlich auch schon fast ready. Ihr habt Hose auf G's Down bekommen, ihr habt 90-60-111 bekommen. Danach kam das Haftbefehl-Feature, mein krankestes Traum-Feature ever und danach kam noch Never Know mit Loco und das waren diese vier Releases, die ihr zu dem Zeitpunkt bekommen habt. Danach habe ich mein zweites Album gecancelt. Das heißt, ich habe alle zwölf Songs komplett verworfen, weil ich mich einfach in dem Moment nicht ready gefühlt habe oder beziehungsweise gemerkt habe, das ist noch nicht mein zweites Album. Man sagt immer, das zweite Album ist das Wichtigste und ich hatte nicht dieses Gefühl, dieses Album ist unfassbar. Das hatte ich einfach nicht. Deswegen, kurz gesagt, von diesem Album sind original drei Songs übrig geblieben, die jetzt auf meinem fertigen zweiten Album geblieben sind und ich bin unfassbar happy darüber, wie es jetzt alles passiert ist. Deswegen, in den nächsten Wochen und alles, was jetzt auf euch zukommen wird, werde ich euch zeigen, wie wir gearbeitet haben, was wir gemacht haben. Ich werde euch mein Team vorstellen. Antoni und ich haben uns so unfassbare Videoideen ausgedacht für euch und ich freue mich übertrieben. Deswegen aktiviert eure Benachrichtigung, entabonniert und abonniert mich nochmal, dass meine neuesten Videos immer und immer wieder bei euch angezeigt werden. Folgt mir auf Insta. Ich bin mir nämlich darüber auch bewusst, dass viele Leute, die neu dazugekommen sind, mich noch gar nicht so richtig kennen wie die Sherrizzles von früher. Deswegen werden wir ein paar Sachen aufarbeiten, aber wir werden euch auch ein paar aktuelle Dinge zeigen. Aber kurz gefasst, ihr habt dann zum Ende des Jahres Bubsy Bars bekommen. Ihr seid ausgerastet und ich möchte bitte nicht, dass ihr mich schon wieder anschreit, warum Bubsy Bars noch nicht auf Spotify ist. Deswegen bleibt dran. Jedenfalls war es ein unfassbar wildes Jahr. Wir haben dann weiter gemacht und jetzt tatsächlich zu meinem Geburtstag hin bin ich unfassbar happy. Und apropos Geburtstag, ich sehe aus wie eine reiche Old Lady mit ihren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blumensträußen. Deswegen, ich hatte den geilsten Geburtstag, auch wenn es ein Lockdown war. Ich bin letzte Woche genau vor einer Woche 26 Jahre alt geworden. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ich möchte mich an der Stelle bedanken an meinen guten Freund Loco. Excuse me. Er hat mir diese Bottega geschenkt. Und Leute, es gibt die zwei, ich will nicht lügen, wie oft es sie mal gibt, aber angeblich gibt es sie zweimal in Deutschland. Wenn es sie zehnmal gibt, scheißegal. Ich meine, guck mal, ganz kurz, scheiß auf Bottega. Was ist das für ein unfassbar süßes Geschenk? Wirklich, ich küsse deine Augen. Das ist wirklich das cutestste ever. Und ich glaube, sie wird nicht lange bei mir bleiben. Ich glaube, Patti zieht sie morgen eh ab und dann werde ich sie nie wieder sehen. Aber vielen, vielen Dank an der Stelle auch an dich. Und ganz viel Liebe und Grüße gehen raus, weil das war unfassbar. Genau, also hier sind überall noch Geburtstagsgeschenke, Puzzle, Bilder, Schokolade, Bücher. Und das hier ist immer meine Gemütlichkeitsecke. Und, oh, was ist denn das? Aber ganz kurz, bevor ich euch das zeige, wir machen erstmal das Bild aus. Nicht, dass wir noch Probleme bekommen wegen irgendwelcher Bildrechten. Wir sind ja keine Anfänger. Okay, das reicht, weil ich weiß nicht, wer ich hier Hörproben komme. Ich denke, dass ich mich nicht dazu mitmachen kann. Kann mir das bitte auf später verlassen? Ja, danke schön, danke schön. Jedenfalls, Themawechsel. Dazu kommen wir später. Prost dazu. Das ist keine Bäh. Das ist eine wunderschöne Musikbox. Die habe ich von einem gewissen Herren geschenkt bekommen, zum Geburtstag. Ich bin sicher, ihr habt es alle mitbekommen. Aber die hat jetzt diesen besonderen Platz. Ich wollte auch immer vorher unbedingt eine Box haben. Ich hatte immer nur die vor meinem Fernseher. Jetzt habe ich hier diese süße Box. Ich meine... I mean... Okay, die ist ein bisschen schwer. Ich stelle die mal wieder ab. Jedenfalls, hier habe ich ein unfassbar süßes... Also ich habe sehr, sehr viele Tablebooks bekommen, weil ich liebe Tablebooks. Also ich habe da so einen kleinen Ministapel. Ich finde, das ist einfach das schönste, was es gibt. Ich bin obsessed mit Donatella, mit Naomi, mit schönen Frauen, mit schönen Kollektionen. Aber das allerschönste Fotobuch, schräg, schräg, ich mache daraus ein Tablebook, was ich je bekommen habe mit Abstand, ist von Anton. Und das ist ein Buch, was... Also von unserer Zeit gemeinsam, von Januar bis März, äh, von diesem Jahr tatsächlich. Also alles, was die Behind the Scenes gemacht haben, so fängt das zum Beispiel an. Happy Birthday, SD2-Album, weil wir verraten natürlich noch nicht den Titel. Und damals gab es den Titel auch noch nicht. Und Anton hat einfach seine schönsten Fotos zusammengestellt, so ein unfassbar nice Fotobuch zu machen. Und ich will euch noch nicht zu viel zeigen, weil... Zum Thema Gran Canaria kommen wir noch. Deswegen, Freunde der Sonne, aktiviert eure Glocken. Ist mir egal, ob bei Insta oder bei YouTube. Aktiviert einfach alle eure Glocken. Weil die müsst am Start sein, weil es gibt Videos von Gran Canaria. Und ich werde euch mein Team vorstellen. Wir werden euch zeigen, wie wir gearbeitet haben, was wir gemacht haben. Es war wirklich die krasseste Zeit. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich kann gar nicht glauben, dass es schon wieder vorbei ist. Ich vermisse die Zeit. Wie sehr vermisst du auch frisches Avocado? Unfassbar, frisches Kaffee am meisten. Frisches Kaffee, frisches Avocado. Ey Leute, ich würde am liebsten wieder da hinfahren. Einen ganzen Monat waren wir da. Kannst du das glauben? Unfassbar. Einen ganzen Monat. Und jetzt sind wir aber wieder hier. Und deswegen möchte ich euch ein bisschen was zum zweiten Album erzählen. Beim letzten Mal konnte ich, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Was ist bei mir so? Wie wird sie sich jetzt hinsetzen? Wie wird sie sich jetzt hinlegen? Ich habe so lange Jogginghosen getragen im Studio und so viel Mist gegessen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie man sich wie eine Lady benimmt im Rock und Hohenschuhen. Ich weiß einfach nicht mehr, wie das funktioniert. Jedenfalls habe ich diesmal alles so teilen können, dass ich erst mal mein Album finalisieren konnte. Unfassbar happy bin. Wir haben uns wirklich den Arsch aufgerissen dafür. Es ist wirklich von ganzem Herzen. Es wird ein sehr persönliches Album. Ich werde sehr ehrlich zu euch sein. Ich werde euch sehr viel erzählen, was ihr noch nicht wisst oder was ihr nicht mitbekommen habt. Vor allem mein Weg in die Musik und wie das alles für mich war. Und wie ich mich gefühlt habe, was passiert ist, mit wem ich gearbeitet habe. Weil ich höre jeden Tag neuen Gossip. Und deswegen müssen ein paar Sachen auf jeden Fall mal geklärt werden. Und das passiert alles auf diesem zweiten Album. Und ich glaube wirklich, dass ihr es lieben werdet. Und deswegen freue ich mich auf alles, was kommt. Weil ich möchte euch mitnehmen. Ich möchte euch alles zeigen. Ich möchte euch vor allem Songs erklären. Ich habe das Gefühl, dass beim ersten Album ich euch nicht die Geschichte ganz zu Ende erzählen konnte. Weil ich zu beschäftigt war mit dem ganzen Prozess an sich. Und diesmal habe ich es geschafft, das ganze Album ready zu machen. Und habe jetzt Zeit, mich auf YouTube-Videos für euch zu konzentrieren. Mich zu konzentrieren, wie ich euch meine Sachen erklären möchte. Euch mitzunehmen, euch abzuholen. Und deswegen, ich glaube, es wird eine unfassbare Zeit. Deswegen, ohne zu viel jetzt irgendwie euch noch voll zu quatschen, ist es mir super wichtig. Weil jetzt in dem Moment ist auf meinem Instagram ein neues Bild online gegangen. Und für mein nächstes Video am nächsten Sonntag möchte ich explizit auf eure Fragen eingehen. Das heißt, egal wie persönlich sie sind, ob sie oberflächlich sind, ist es mir egal. Hauptsache ihr fragt mich das, was euch auf dem Herzen liegt. Vielleicht sind es die Fragen mit den meisten Likes. Vielleicht sind es auch die Fragen, wo ich denke, okay, das kann ich euch gerade sehr gut erklären oder beantworten. Deswegen, ich freue mich auf alle eure Fragen. Vor allem weiß ich auch, wie sehr euch das Thema Team und Ghostwriting interessiert. Und auch dazu gibt es natürlich ein paar Themen. Weil bei uns heißen die übrigens nicht Ghostwriter, sondern bei uns heißt es Writer. Weil wir ghosten nichts und wir verstecken keine Writer. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, das Video dazu kommt nämlich den nächsten Sonntag darauf. Nicht den nächsten Sonntag, sondern den nächsten Sonntag darauf. Deswegen seid ihr auf jeden Fall am Start, weil ihr werdet es einfach lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst immer auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit ich sehe, ihr habt Bock, ihr seid am Start. Das hier ist keine Single-Ankündigung, das hier ist keine Album-Ankündigung. Das hier ist einfach nur eine Ankündigung, dass es jetzt losgeht. Deswegen, ich freue mich sehr auf euch hier. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich richtig krass, wieder zurück zu sein. Es fühlt sich unfassbar gut an. Ein bisschen lost und ein bisschen aufgeregt, aber es fühlt sich gut an. Deswegen fühlt euch ganz doll gedrückt. Mua! Ich bin schön, als wär ich Ariana Grande. Von bei Gott ist die Sexy hin zu Waller, sie ist ne Schnappe. Die deklarieren ein Mini-Rock zum maximaler Schande. Doch ne Frau mit Grips im Kopf wird abgetarnt zu ner Emanze. Emanze!